Mein Name ist Christoph Rehz. Ich komme aus Berlin, habe Theologie studiert, vor allen Dingen in Jena, auch in Frankreich und in der Schweiz. Habe in Jena eine Zeit lang als Studieninspektor gearbeitet und dort in der Nähe mein Vikariat gemacht, nämlich in Apolda im schönen Ostthüringen. Und sitze dort gerade noch und arbeite nicht im Fahrdienst, sondern arbeite an meiner Doktorarbeit, die hoffentlich bald fertig wird. Insofern freue ich mich noch auf meinen Fahrdienst. Und überhaupt die Arbeit in der EKM ist für mich interessant, weil es noch so vieles offen ist, wie es mal wird. Wie wird es in zehn Jahren sein, wie in 20 Jahren, wie in 30 Jahren. Ich bin ganz neugierig und die Neugier, die weckt in mir auch Freude.